Hallo zusammen, ich bin Salah. Ich mache die Lehre als Kunststofftechnolog. Das ist Anu, er macht die Lehre als Kunststoffpraktiker. Wir machen beide die Lehre bei Bruno Petra AG. Und wir zeigen dir heute, wieso du die Lehre hier arbeiten soll. Am ersten Tag, als ich hier angekommen war, waren alle sehr nett zu mir. Sie haben mich alle sehr herzlich willkommen. Und sie haben mir alle direkt sehr hilflich gezeigt, wie es funktioniert und wie wir hier arbeiten. Für eine Lehre bei Bruno Petra AG solltest du sehr viel Ehrgeiz mitbringen und sehr neugierig sein. Zu meinen Haupttätigkeiten gehören natürlich Produktion zu starten, Produktion zu überwachen, je nach Material auch versuchen zu verbessern und einerseits natürlich auch die Qualität des produzierten Materials zu überprüfen. Was Bruno Petra AG bietet, ist coole Team, moderne Infrastruktur und viele Maschinen. Mein Highlight ist, ich dürfte erstmal die Maschinen selber bedienen. Ich hoffe, wir hätten dir etwas mehr von unserem Arbeitsalltag zeigen können. Wenn du neugierig bist, dann bewirb dich doch heute noch bei Bruno Petra AG und wir werden Teil von unserem Team. Wir freuen uns, bis bald! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal.